wahrscheinlich gar nicht lieber von außen gibt ein sehr sehr vorteil dafür ich mache das trading aus genau aber unser nächstes hier wird es sein ich werde jetzt wo ich weiß wie wir kristalle bekommen sollen ok werde ich will ich mir das ei holen mit den ganzen kristallen das wird sogar heute da hoffentlich ein geiles ei leute das wäre der absolute wahnsinn hier wir laufen immer durch und sagen wir den ganzen boden auf weil wir so fett sind also die schluster werden hat schon extreme vorteile egal wer was sagt die Person hat keine ahnung ok ohne mal vorteile aber ja wir haben ja bis zur leute wie ich aufgehört habe ich kann zu heißen und ich heiße damals ne ich bin zu Rewe gefahren mit dem Fahrrad und habe mir immer so viel Süßigkeiten geholt ne so viel Tag für Tag Tag für Tag und oh mein Gott ich kann mit so viel Süßigkeiten und ich habe auch jeden Tag so richtig viel gegessen ok und ich habe einfach so zugenommen ich habe sogar 90 Kilo mal gewogen und ich bin nicht los ich bin 1,75 90 Kilo ist für mich eine Menge und vor allem im Gesicht hat man es auch gemerkt wenn ihr mal ja ihr müsst mal auf den zu den älteren Videos von mir gehen Leute da werdet ihr sehen oh Gott ey oder tust lieber nicht das war nämlich äh ja ne intensive Zeit na gut wie auch mal Leute ja hm bekomme ich jetzt eigentlich werte wie teuer war das nochmal 7500 ok wenn ich es verkaufe ist es eine gute Gegend ja müsste eine gute Gegend sein verkauf das das ist ja nice die zurück wundervoll und jetzt wenn ich das tauben tausche lass mal sehen wie ich bekommen werde ok 800 coins eigenes teil oh wir haben genug yes oh sorry ja ok das war mit der Absicht das war sowas mit der Absicht aber dann lass uns zurückgehen so umstand und jetzt können wir das hier holen yeah ja zum Glück haben wir herausgefühlt das geht oh epic geile kacke Leute oh nice 51 ist der besser ja der ist besser oh deutlich besser sogar Leute ja das ist das Ziel bei die Anne Krippen genau und das hier nehmen wo nach wo Leute aber wieso habe ich die überhaupt ich meine sind die Elefanten nicht besser die ist alle gleich gut ne ach so die sechst alle gleich gut okay hm verstehe na gut das ist ja interessant Leute ich werde aber die Folge von euch mal stehen lassen jetzt haben wir noch ein besseres Tierchen wir bekommen jetzt auch ne Menge zu allem hier und in der nächsten Folge sollten wir zur nächsten Gegend kommen die lassen wir sie im Ruhigen wir kommen werden die quasi eine Snowtime ist zur Stehgegend und dann kommen wir in den Wald uuuuuh ah Leute wie guck mal das was für das Video wenn wir davon lassen noch rum da unten soll es zu kosten das ist aber hier um keine Videos mehr ändern so gut zu passen das aktive die Glocke nach unten sobald ich neue Video hochlade und du gehörst zu Glocken und dann seh' dich im nächsten Video wieder 3 2 1 bye bye Danke für deine Schauen des Videos wenn dir das Video gefallen hat würde ich mich freuen wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest außerdem solltest du dir nicht mal eine meiner letzten Videos auschecken die findest du rechts also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hier geleitet ich bin mir sicher es gibt bestimmt irgendwas die dir gefallen wird und wenn du es nicht getan hast kannst du gerne kostenlos abonnieren für die ganzen Video Contents und wenn du schon abonniert bist kannst du unten gerne die Glocke anklicken damit du immer benachrichtigt wirst wenn mein Video hochkommt Abonnein für seine Schauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder Ciao Ciao Was geht Leute? Mein Name ist der Niste und wir kommen zurück zu Roblox und heute schwirren meine T-Shirt hier einfach so rum und keine Ahnung wieso Nehme an ich hab gar keinen Plan wie sie würden rumschweben aber auf jeden Fall wieder zurück heute Leute beim T-Shirt Simulator die haben vieles gerne und ich meine ihr sehts ihr sehts ja ihr sehts ne viele Dieb Leute Können wir eigentlich daraus ein Goldtierchen machen? 10 von denselben ich hab ja fast 10 von denselben ne wow wir haben dann noch einen mehr aber das ist schon sehr interessant die sehen Alter voll krass Leute übersichtlicher ne jetzt verstehe ich ok und davon haben die lange gebraucht für diese Update also gehe ich ja davon aus dass es auch gut sein wird sind hier na hier auf jeden Fall nicht ne erst oben im Montieren sollte alles schon klar ist außer die Güter die sind wahrscheinlich neu aber ich würde sagen zuerst wenn wir uns teleportieren Leute und ähm weil mich interessiert einfach mal ob irgendwas neu ist ja würde mich auch interessieren ich meine wieso nicht oder gehen wir zu PinkPlanet ja ja Taaja und ää Ey Nachで Ha ja. Ha ja.